so herzlich willkommen zu let's play mario kart arcade gp 1 das ist ein bisschen anderes mario kart muss ja noch kurz was einstellen genau so funktioniert bisher ist ein bisschen anders weil das nie für eine heimkonsole rausgekommen ist sondern für arcade konsole und das ganze funktioniert zwar als schon an sich wie mario kart aber es hat ein bisschen anders das item system ist ja auch anders und zwar kann man allerdings bekommen und die dann sich aussuchen welche man davon einsetzen möchte gibt es auch münzen und die items ziehen ja auch automatisch und dann kann man die immer loswerden das ist mehr oder weniger gut es ist einmal gut wenn man es selbst erster ist aber andersrum hat wieder schlecht ich muss mich noch an die störung noch etwas gewöhnen man darf auf jeden fall nicht wie beim normalen afrika das drücken gedrückt halten sondern einmal kurz dann drückt halt einmal kurz und dann muss man die kurve driften der erste platz ist ziemlich weit weg so jetzt klappt jetzt hat es ganz gut geklappt man sehen ob ich ihn irgendwann anvisieren kann ok dann visiere ich halt ihn an ich visiere das auch nicht selber an sondern es visiert automatisch die anderen an das strecken system ist hier auch etwas anders und zwar fällt man immer die gleiche also dieselbe strecke bloß sind dann hier die wege die jetzt hier zu sind offen ich bin jetzt gerade erster mit ziemlich großem abstand das ist ja aber auch als der erste cup deswegen ist es ja nicht ganz so schwierig ich muss ja auch erstmal in das spiel reinkommen letzte runde jetzt schon es sind übrigens sechs runden wie man sich schon gesehen hat da würde gerade luigi direkt ja der wird da so angezeigt weiß der ja ziemlich weg keine ahnung aber auf jeden fall mario highway schon geschafft ich habe jetzt die regenwolke bekommen und die nächste challenge und ich bin jetzt zum super rookie ausgestiegen ja ich möchte so runde zwei hier gewinnt man die donnerwolke so schaltet man halt immer mehr items frei und hier sieht man wieder die selbe strecke aber diesmal geht es halt woanders nach ich weiß ja auch nicht wie man den turbo stadt macht das muss ich noch herausfinden so kann ich mal sehen gleich mal sehen was die markt ach so ach die anderen haben die jetzt anscheinend auch bekommen und hier wieder naja das driften muss ich mir noch etwas anlernen und dann kommt der fisch und das ging doch jetzt ganz gut das ging jetzt mal ganz gut luigi ist da vorne aber jetzt würde ich schon getroffen ich hätte fast bekommen und schon wieder oh jetzt habe ich zu früh gedrückt und der hat es auch gleich nicht getroffen das ist natürlich schlecht ich weiß auch nicht ob ich das driften überhaupt richtig mache ob es da einen bestimmten trick gibt oder ob das einfach nur dazu da ist um besser in die kurven zu kommen hoffentlich schießt er mich jetzt nicht sofort ab das sind diesmal nur vier runden sehe ich gerade ich bin dann schon vorbeigefahren er hat mich nicht getroffen ich glaube hier müsste das auch so sein mit den münzen dass man je mehr münzen hat also dass man mit mehr münzen schneller wird also noch bin ich erster das läuft also ganz gut man kann die items auch nicht nach hinten abschießen es gibt von der Reihe sag ich jetzt mal schon drei Teile Teil 1 und 2 kann ich spielen aber Teil 3 nicht Teil 2 werde ich denke ich auch noch spielen aber jetzt ist erstmal Teil 1 dran Teil 2 ist schon etwas anders aber das werden wir noch sehen und jetzt habe ich die nächste Wolke gewonnen und die nächste Strecke so weiter natürlich und Runde 3 die zuerst würde ich in einem Part 1 so einen Cup schaffen das ist natürlich ganz gut Off-Key-Speaker bekomme ich jetzt ok bei Teil 2 und bei Teil 1 glaube ich auch aber das ist anscheinend standardmäßig ausgeschalten wird dann auch immer so geredet also ich hoffe auf jeden Fall dass es seine Möglichkeit gibt das auszumachen oh er hat Bosa ist auch zack sofort als nächstes bist du dran zack aber jetzt schießt er mich ab aber es hat ihm irgendwie nicht viel gebracht also ich kann es hier einsammeln zack aber ich habe es langsam gelernt mit den Kurven mit dem Driften zumindest ist es schon mal besser als vorher hier sieht man auch die Strecke da an der Seite ich glaube ich habe noch ein paar Minzen mitgenommen zack ich finde es auch lustig dass hier Pac-Man mit dabei ist ah das war jetzt nicht gut man hat es ja am Anfang gesehen glaube ich die ganzen Charaktere ich weiß es jetzt nicht genau ob ich das mit reingeschnitten habe aber ich denke mal schon und wenn nicht dann mache ich das halt noch nachher und zack okay das ist jetzt noch der erste Cup deswegen ist es auch nicht ganz so schwierig denke ich mal ich habe es ja auch noch nicht wirklich gespielt ich habe es noch kurz getestet vor ein paar Monaten glaube ich ich wusste ja selber anfangs ja nicht dass diese Spiele überhaupt existieren aber jetzt weiß ich es nur deswegen habe ich mir gedacht wenn ich das schon spiele kann ich es ja auch aufnehmen und das ist Runde 2 jetzt habe ich den Off-Keyspeaker genommen bei dem Musik kommt wenn man jemanden trifft als nächstes gewinne ich das Horn und dann geht es zur letzten Runde die anscheinend bei Nacht stattfindet gewinnt man das Horn anscheinend wird es immer zufällig ausgewählt welche Items man bekommen kann also die zählen ja nicht nur für sich selbst sondern auch für die anderen bei Mario Kart ArcGP 2 ist es anders aber das werde ich jetzt nicht sagen aber ich muss wirklich noch herausfinden wie diese Tore stattgeben ich mache es ja immer so dass ich bei 2 anfange zu drücken aber das ist auf jeden Fall falsch oh er hat es sofort gerecht zack aber es geht auf jeden Fall schlechter zu fahren mit der Wolke driften kann ich zum Beispiel gerade nicht oder es war ein Fehler von mir ich weiß es nicht ich würde interessieren welche Musik da kommt wenn man getroffen wird okay das war jetzt nichts oh der schießt ja mich direkt ab aber der Erste will abhauen ich kriege ihn aber noch das ist schon jetzt mehr spannend Yoshi ich wollte die Münzen oh man ich weiß auch nicht genau was das hier für eine Wolke ist Eiswolke oder so zack ah jetzt habe ich ihn noch mal getroffen ich würde eigentlich Yoshi treffen okay man hört jetzt nicht wirklich Musik keine Ahnung was das heißen sollte oh da bin ich jetzt gut um die Kurve gesprungen jetzt habe ich auch mal den da habe ich die Kurve zu weit draußen genommen es ist aber auf jeden Fall ach diese Musik spielt okay das hört man anscheinend nur selbst anscheinend soll es nerven oder so ich weiß es nicht genau ich hoffe mal dass mich jetzt niemand hier noch kurz vom Ziel abschließen will und zack damit bin ich erster jetzt habe ich das Horn bekommen ach so jetzt kommt noch die Challenge bei der ich die Wassermelone in das Ziel ertragen soll diese Wassermelone muss in das Ziel ich probiere jetzt mal den den Turbestand bekommt man wenn man in dem Moment drückt wo die Null ist glaube ich wenn ich das jetzt richtig gesehen habe so jetzt muss ich auf jeden Fall die Melone hier reinbringen aber das war jetzt eher weniger schwierig und damit habe ich den Mario Cup gewonnen und jetzt kann man die Power Pille bei der man unbesiegbar wird ja ich möchte fortfahren aber nicht jetzt das war es mit dem Part nächstes Mal gibt es den Decay Cup sieht auf jeden Fall cool aus hier gibt es ja noch die anderen aber ich mache es schon in der Reihenfolge dann bis zum nächsten Mal Tschüss